Wir können den Gruppenführer-Feglein nirgendwo finden. Sie haben nichts Unrechtes getan. Sie ist ohne Ehre! Sie haben nichts Unrechtes getan. Was Sie mit Ihren Medizin in Forschung erreichen, dafür werden Ihnen kommende Generationen dankbar sein. Ich übernehme für alles die volle Verantwortung. Anders kann man das nicht machen. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Feglein nicht finden. Dann suchen Sie ihn, ey! Ich will Feglein sehen! Sofort! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Verrat! Verりました! Verrasch!!! Steuerer sergebung! Die Ausgabe! Untertitelung des ZDF, 2020